Hallo zusammen, ich bin Dario Meier und ich mache euch heute mit in die neue Trainingshalle von AC Kloten. Let's go! Hier sind wir in einer der vier neuen Garderoben, die sicher wichtig für uns ist, dass wir auch wieder internationale Anlässe stattfinden können. Jetzt gehen wir runter zum Eisfeld, das erste Stück der Trainingshalle. Jetzt sind wir hier beim Eisfeld angekommen. Was auffallend ist oder was speziell daran ist, dass wir die Grösse vom NHL Eis haben, was kleiner ist, als was wir in der Schweiz haben. Was optisch auffällt, ist, dass sehr viel Holz verbaut ist, was meiner Meinung nach relativ cool aussieht. Und jetzt momentan sind wir noch da am trainieren, bis wir in der grossesten Arena wieder Eis haben. Jetzt gehen wir mal die Ausgefragen, was Sie für neue Trainingshalle denken. Keno! Rein optisch mit dem ganzen Holz, wie es verpackt ist, wie findest du das? Ich finde es allgemein super. Top Arena da, finde ich. Super Möglichkeiten. Das Eis ist auch gut, also es ist top. Und jetzt noch am Schluss mit 36, vom kleinen Eisfeld am Trainieren. Praktisch die ganze Vorbereitung, die Menschen vorüber zu gehen. Ist das ein Vorteil? Ja, sicher. Man muss weniger laufen, kann ein wenig Energie sparen und kann mich so daran gewöhnen. Super. 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 Super.